Willkommen zum ersten Video des Geminiani-Projekts. In diesen Videos spielen wir die schönen Übungen und Etüden von Geminianis berühmter Methode zusammen. Wir spielen auf der barocken Tonhöhe A415, das heißt einen Halbton niedriger als die übliche Tonhöhe heutzutage. Geminians Methode, die Art of Playing the Violin, wurde 1751 in London herausgegeben und wurde so eine der einflussreichsten Violin-Methode aller Zeiten. Was ich am schönsten daran finde, ist, dass es so musikalisch gestaltet ist. Alle Übungen und Etüden sind von einer wunderschönen Bassstimme begleitet, damit von Anfang an ein guter musikalischer Geschmack, Frasierung und ein Gefühl von Harmonie gelehrt wird. Wir werden gleich stimmen, dann spielen wir zusammen weiter. Ich spiele die Bassstimme jeder Übung zweimal auf der Bratsche. Das zweite Mal spiele ich nur die Bassstimme, damit du Solo spielen kannst. Heute spielen wir Tonleiter. Es sind für 8 Nummer 1 bis 5. 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 Es sind für 9 Nummer 1 bis 5. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020